Eigentlich sollen Kunden in diesem Automatenkiosk in Augsburg rund um die Uhr Getränke oder Snacks kaufen können. Das Ordnungsamt der Stadt hat jetzt aber einen Riegel vorgeschoben. Der Betreiber versteht die Welt nicht mehr. Was ich nicht verstehen kann, weil wenn man heute in der Bank läuft, zur Sparkasse oder sowas, dann kannst du ja auch nach 23 oder nach 24 Uhr noch irgendwo Geld abheben. Ist halt irgendwie ein bisschen komisch. Also macht keinen Sinn irgendwo. Dabei sei ja gerade der Sinn eines elektronischen Kiosks, kurz E-Kiosk, dass man auch nach Ladenschluss noch eine Einkaufsmöglichkeit hat. Die Stadt aber bleibt in der Sache hart, die Rechtslage sei eindeutig. Bei sogenannten E-Kiosken handelt es sich nach Rechtsauffassung der Stadt Augsburg um Verkaufsstellen im Sinne des Bundesladenschlussgesetzes, für die eben die allgemeinen Ladenschlusszeiten sowie ein Verbot an Sonn- und Feiertagen gelten. Die bayerische Arbeitsministerin bestätigt diese Auffassung. Es gibt zwei aktuelle Gerichtsurteile, die sagen, es sind nicht mehr Warnautomaten, sondern sie müssen als Laden behandelt werden, das heißt unter dem Ladenschlussgesetz geregelt werden. Und da ist es jetzt eben wichtig, dass wir die Regeln klar aufstellen, dass wir für Rechtssicherheit auch sorgen. Und es ist nicht zu verwechseln mit einzelnen Automaten, die wir überall im Land auch finden. Und solange die Automaten in einem Laden und nicht auf der Straße stehen, ist in Augsburg eben um 20 Uhr Schluss. Selbst wenn hier kein Mensch arbeitet, außer die Automaten sind leer und müssen mal befüllt werden. Für den Betreiber geschäftsschädigend. Ich weiß einfach, dass die Umsätze erst nach 20 Uhr passieren. Das beeinträchtigt wirklich 80 Prozent meines Umsatzes. Der Betreiber hat inzwischen genug von dem ganzen Ärger. Er sucht bereits Käufer für seine Automaten. Ja, der Ladenschluss ist ein Thema, das ja seit Jahrzehnten wirklich die Menschen bewegt. Herr Straubel, da wollen wir jetzt mal kurz drüber sprechen. Aber bevor wir über die Automaten sprechen, Bayern will ja generell den Ladenschluss modernisieren. Was ist denn da geplant? Ja gut, wir planen momentan ein Ladenschlussgesetz, also ein bayerisches Ladenschlussgesetz, das letztlich auf Landesebene dann das Bundesladenschlussgesetz ersetzen wird. Und hier planen wir natürlich die Öffnungszeiten von Läden, gerade die generelle Öffnungszeit von 6 Uhr bis 20 Uhr, also 20 Uhr, die soll jetzt nicht angetastet werden, der Sonntag auch grundsätzlich mal nicht. Aber zum Beispiel verkaufsoffene Nächte in Städten, in Innenstädten, die sollen anlasslos möglich sein bis zu acht Mal im Jahr. Aber auch so digitale Kleinstsupermärkte mit Größe bis zu 150 Quadratmeter sollen 24 mal 6 und plus acht Stunden am Sonntag öffnen können. Also das wäre genauso dieser Fall, den wir jetzt hier besprochen haben. Aber auch in Tourismusregionen soll es Erleichterung geben, dass man hier andere Warnsortimente auch verkaufen kann. In Tourismusregionen macht man gerade am Samstag, Sonntag das Geschäft. Und das soll und muss auch erleichtert werden. Oder bei Großveranstaltungen wie Landshuter Hochzeit oder Oberammergauer Passionsspiele, dass man hier diese Öffnungszeiten liberalisiert. Und das ist ein großer Schritt in der Bayerischen Staatsregierung, dass man hier den Schritt zu einer angepassten, aber stückweise Liberalisierung der Ladenöffnungszeiten geht. Bekommen denn da auch die Kommunen dann generell mehr Freiheiten? Also dass man selber entscheiden darf, Mensch, an diesem Sonntag haben wir zum Beispiel dieses und jenes Event. Da würde uns das was bringen, wenn wir länger aufhaben dürfen oder sonntags generell geöffnet haben. Also sagen wir, für Kommunen soll es so sein, dass man mit einem Anlass bis zu vier Sonntage im Jahr öffnen kann. Aber man muss einen Anlass dazu haben, weil das Sonntagsgebot, also im Grundgesetz, ist sehr streng und sehr stark. Und dafür, wenn man das sozusagen aufweichen möchte oder da aufmachen möchte, dann muss man auch wirklich einen guten Grund haben. Aber da können die Gemeinden selber das regeln. Aber auch, sagen wir, die Öffnung von so digitalen Märkten am Sonntagen, bis zu acht Stunden, da kann die Gemeinde dann einen gewissen Korridor festlegen, wo sie sagt, in der Zeit könnt ihr aufmachen. Also ob das dann am Nachmittag, früher Abend oder am Vormittag, also das ist noch sozusagen auch in der Diskussion. Aber hier sollen die Gemeinden auch eine, sagen wir, Handlungsmöglichkeit haben. Aber wo ist der Sinn dahinter? Weil so ein E-Automaten-Kiosk, das braucht wenig bis gar kein Personal. Da wird einmal am Tag aufgefüllt, dann war es das. Also man stört damit ja eigentlich niemanden. Oder man hat auch kein Personal, was dann eben sonntags arbeiten müsste. Also warum sagt man nicht, Mensch, lass die Dinger doch einfach auf, 24 Stunden am Tag, wo ist da der Knack? Naja, sagen wir, das ist die Sache, ist die Dinge, dass man die auch 24 Stunden am Sonntag offen lässt, hat man in anderen Bundesländern schon ausprobiert. Und da kam dann eben halt die Rechtsprechung, die Verfassungsgerichte, die sagen, Sonntag ist immer noch was Besonderes. Also und da darf das nicht so wie am Werktag sein. Ob das dann aber acht Stunden oder zwölf Stunden sind, das, sagen wir mal, bleibt dem Gesetzgeber überlassen. Oder wenn wir als Gesetzgeber natürlich mutig sind, können wir auch sagen, wir machen 24 mal 7 und dann schauen wir mal vor Gericht, was rauskommt. Denn auch die Sachen entwickeln sich ja weiter. Denn ich bin jetzt nicht der Meinung, dass das eine Verkaufsstelle ist wie jede andere Verkaufsstelle. Denn da arbeitet ja niemand drin. Und auch wenn ich, sagen wir, die kirchliche Position nehme und sage, jener Zimmermannssohn am See Gnesaret, der hat gesagt, der Sonntag ist für die Menschen da, nicht für den Automaten. Also der Automat darf arbeiten am Sonntag. Also von so her muss man hier also eine Liberalisierung schon in Kauf nehmen und sagen, das ist ja gut, wenn man da ja dann auch sozusagen für die Menschen, die am Sonntag in der Freizeit sind, die mal vielleicht grillen gehen wollen und ein paar Wurstel vergessen haben, dass die sich kaufen können. Oder dass man dann zum Leberkästen auch halbe Bier braucht, dass man die auch kaufen kann. Und von so her bin ich da eher der Meinung, da können wir ruhig Liberaler sein. Denn den Automaten, den brauche ich am Sonntag nicht schützen.